Musik Noch immer gibt es weltweit Kriege, sexualisierte Gewalt, Gewalt gegen Frauen, Vergewaltigung, Folter, Demütigung, Verletzung, Trauma, Stigma, Ausgrenzung, Isolation, Armut, Straflosigkeit für die Täter. In Afghanistan, in Liberia, in der Demokratischen Republik Kongo und in vielen anderen Ländern dieser Welt. Das empört uns. Wir sehen hin. Wir mischen uns ein. Wir klären auf. Wir sagen nein. Wir brechen Tabus. Wir stehen an der Seite der Frauen. Wir helfen ganzheitlich und konkret. Wir sind parteilich, solidarisch, unabhängig, mit dem Herzen dabei. Wir verbinden. Wir qualifizieren. Wir stärken. Wir verändern Strukturen. Wir ermutigen und geben Hoffnung. Wir bleiben beharrlich. Wir haben vielen Frauen geholfen, ihr Leben verändert, ihnen eine Stimme gegeben, lebensnotwendige Unterstützung geboten, ihre Schicksale öffentlich gemacht, die Verbrechen benannt, das Schweigen gebrochen. Wir haben Frauenprojekte aufgebaut, Initiativen von Frauen gefördert, Konzepte erprobt, Strategien entwickelt. Wir bilden Fachfrauen aus. Wir haben viele Unterstützerinnen und Unterstützer gewonnen. Wir haben Zeichen gesetzt, Impulse gegeben, Mut gemacht. Wir haben Frauen vor dem Tod bewahrt, Perspektiven geschaffen, Überleben ermöglicht. Für ein Ende der Gewalt. Für internationalen Schutz und Prävention. Für die Würdigung der Opfer. Für die Ächtung von Kriegsvergewaltigungen. Für Gerechtigkeit für Frauen. Für die Teilhabe von Frauen. An Frieden und Wiederaufbau. Für ein Leben in Würde. in Würde. Für die Mitte. Untertitelung des ZDF, 2020